Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Heute wieder ein Blick vom Ferdinand-Leitnersteg auf die Baustelle Stadtbahntunnel. Hier der Bereich zum Hauptbahnhof, also zumindest rechts und links. Also das ist ja genau die Abzweigung hier. Längs geht es dann zur Haltestelle Staatsgalerie. Leider ist schönes Wetter, also völlige Überblendung der Querstreben und hinten der Schatten ist zu dunkel. Aber jetzt gibt es da unten ein bisschen Licht. Wie schon oft erwähnt schaut nie direkt in das Weißlicht. Aber über ein Display geht es natürlich, weil das Display in maximale Helligkeit ja begrenzt hat. Sehr schön. 180 Grad Schwenk und jetzt sehen wir links die Strecke von der Haltestelle Staatsgalerie kommen. Fahrgründungen sind unten. Fahrgründungen sind unten. Fahrgründungen sind unten. Fahrgründungen sind unten. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!